Also von Tanzverbot hört man ja gar nichts mehr, macht ihr überhaupt noch Content? Ach hier, ist schon abgezogen, wo sind meine 6.000 Euro? Komm, wir gucken uns das mal an. Leute, Doppelpiece, das mache ich nur, weil ich weiß, es freut euch, wenn ich Doppelpiece mache. Wenn ich kein Doppelpiece mache, so drei Leute schreiben, dass sie traurig sind. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass Leute nicht traurig sind, weil ich eine andere Begrüßung mache. Aber dieses Thema, das ich heute anspreche, ist einfach absolut nicht Doppelpiece-würdig. Und zwar geht es darum, dass ich von einer Bank mies in den... Ihr wisst es, wenn ihr älter als elf seid, wisst ihr ganz genau, was ich da meine. Was ich hier meine, ob das von vorne oder von hinten ist. Ihr wisst genau, was ich gerade sagen will, aber es nicht aussprechen will, weil das wäre nicht werbefreundlich. Aber ihr könnt es euch ja denken. Und die Leute, die es sich nicht denken können, die denken halt, ein Pudding essen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch scheißegal. Und zwar geht es um PayPal. Ich wollte dieses Thema nicht thematisieren, weil ich hatte damals schon Stress mit PayPal gehabt. Die sind mir gut entgegengekommen. Ich habe mein Account... Ich weiß, was kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Safe weiß ich, was kommt. Ich wurde nicht von PayPal um 6.000 Euro abgezogen, sondern ich wurde um 6 oder um 10 Euro abgezogen. Das ist traurig. Das ist ganz traurig. Ich hatte nämlich auch einen PayPal-Account, der nicht richtig registriert ist. Also da war nicht mein richtiger Name zu sehen. Das war so ein Alpha-Kevin-Account, wo ihr mir spenden konntet. Und ich habe dann immer die Spenden auf meinen richtigen PayPal-Account rübergezogen. Damit ihr halt nicht meinen richtigen Namen kennt. Mittlerweile kennt man ja meinen richtigen Namen, aber damals würde ich das halt verheimlichen. Und da habe ich es immer rübergezogen, drübergezogen. Und irgendwann stand dann da, hier, sie müssen ihr Konto verifizieren. Sie dürfen keine Transaktionen mehr zu anderen Konten machen. Da habe ich mir so, was ist denn das jetzt so eine Scheiße? Ich wollte noch meine 10 Euro wenigstens noch überweisen. Es ging einfach nicht. Es waren einfach die 10 Euro weg. Und ich denke jetzt mal fast, also ich predikte das jetzt fast, dass es bei Zahnverbot genauso der Fall war. ...wiederbekommen und es war alles gut. Ich hatte nie Stress gehabt mit PayPal. So, weil die dann auch irgendwann meinen Account so verifiziert haben, dass sie wussten, was... Ich hatte damals halt so mit Spenden zurückziehen und sowas. Und die dachten, ich bin irgendein Scammer oder so. Blablabla, da ist Ananas, die oben auf dem Baum wächst und runterfällt. Und zwar platzt wie eine Kokosnuss. Ist ja auch egal. Ich hatte keine Probleme. Dann habe ich mir letztens knapp vor anderthalb Monaten 6.000 Euro bewiesen. Wo kommen die 6.000 Euro her, fragt ihr euch jetzt bei so einem Penner wie mir. Das sind die Spenden, die in der letzten Zeit angefallen sind. Also die in einem sehr langen Zeitraum von euch angefallen sind. Die Leute, die mir über PayPal spenden, das Geld geht direkt auf ein PayPal-Geschäftskonto von mir, das ich extra dafür erstellt habe, dass halt nur geschäftliche Sachen dort drauf kommen, damit der Steuerberater nicht am Ende irgendwie 6.000 Euro extra von mir verlangen kann, weil er irgendwie Privates und Geschäftliches voneinander trennen muss. Wisst ihr, was ich meine? Macht man einfach so, dass man ein bisschen geordnetere Verhältnisse hat. Man macht sich immer ein privates Konto und man macht sich ein geschäftliches Konto. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall wollte ich von diesem PayPal-Konto dann nach langer Zeit, weil ich konnte lange kein Konto. Also auch von meiner Seite aus, macht ein privates Konto und macht ein geschäftliches Konto. Damit ihr das im Überblick habt, was verdient ihr mit eurem geschäftlichen Konto und was verdient ihr mit eurem, oder was bekommt ihr auf euer privates Konto. Ist am sinnvollsten, so hat man den Überblick. Das Konto hinzufügen. Das Konto, welches ich jetzt für meine geschäftlichen Dinge nutze, das hatte ich damals schon genutzt in der UG, die ich mit meinem Onkel hatte. Also wo mein Onkel noch mein Management war, kann sich wahrscheinlich keiner mehr daran erinnern. Da hatten wir eine UG gehabt, die Heinrich & Heinrich Entertainment UG. Da wollten wir irgendwas Großes machen. Ist gescheitert, ist gefloppt. Wir haben das zugemacht. Ich habe trotzdem dieses eine Bankkonto behalten, aber das PayPal-Konto, was wir damals hatten, das haben wir geschlossen. Das bedeutet, bei PayPal im System war hinterlegt, dass das Bankkonto, das sich jetzt wieder neu verknüpfen wollte, schon einmal hinterlegt war. Und es ging eine lange Zeit nicht. Und dann konnte ich es irgendwann machen. Und deshalb ist auch diese Riesensumme auf meinem PayPal-Konto entstanden, weil ich das Geld nie abbuchen konnte. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht zwingend darauf angewiesen. Deswegen habe ich es halt einfach ruhen lassen. Ich dachte mir, da wird schon nichts passieren. Ist ja nicht weg. Nur weil ich es jetzt da ruhen lasse, heißt ja nicht, dass es vielleicht so 6.000 Euro Minus ist einfach weg. Das passiert dann nicht. Dann konnte ich es irgendwann verbinden und dann habe ich mir 6.000 Euro auf mein Geschäftskonto transferiert, weil, ja, auf PayPal fühlt es sich immer komisch an. Deswegen macht man es sich auf ein richtiges Konto drauf. Und ich habe noch Geld auf dem Konto gehabt. Also so ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier genau mein PayPal-Konto nulle. Jeder Streamer weiß, das macht man nicht. Man lässt immer einen Betrag drauf, weil man ganz genau weiß, da draußen gibt es die ein oder andere miese Ratte, die mir Geld spendet und das Geld dann wieder zurückzieht. Und ich habe dann hier einen Ärger. Weißt du, eine Woche später... Habe ich jede Woche. Jede Woche habe ich Witzbolte, die mir eine Spende draufhauen, was die dann wieder zurückziehen. Deswegen habe ich auch... Ich lasse immer ein bisschen mehr auf meinem PayPal-Konto übrig, dass diese Leute, die diese Spenden zurückziehen, dass die mir meinen PayPal-Account wenigstens nicht richtig zerstören können. Das ist so zu kotzen, wirklich. Inkasso vor der Tür und sagt, ey, hast du uns auf einen Kaffee eingeladen oder willst du uns das Geld für PayPal wiedergeben? Weißt du, ich schwöre euch, PayPal ist da übertrieben schnell. Und da ich mein Konto nie nullen, nullt einfach euer Konto nicht. Wenn ihr Streamer seid und Spenden oder sowas habt, macht euer Konto nicht leer. Lasst immer so viel drauf, dass hier so die letzten 2, 3, 4, 5 großen Spenden, dass sie zurücküberwiesen werden können, ohne dass hier da größere Probleme gibt, weil es gibt genug Leute da draußen, die mit gekadeten Accounts oder sowas spenden und das ist nicht gut. Jedenfalls ist das Ganze anders. Du brauchst noch nicht gemeint, Bruder. Eineinhalb Monate. Eineinhalb Monate warte ich auf 6.000 Euro, die irgendwo in der Luft rumschwören. Und ich wollte dieses Video nicht machen. Und ihr habt mich auf meinen sozialen Medien, wenn ihr mich dort verfolgt, wisst ihr, ich habe mich darüber aufgeregt, weil ich dachte, ich könnte irgendwie Hilfe bekommen. Und Leute haben gesagt, so nach 2 Wochen habe ich mir dann langsam Gedanken gemacht und dann habe ich mal einen Post gemacht und dann haben die ersten Leute gesagt, ja, das kann wegen Geldwäsche oder sowas sein, das ist ja eine große Summe. Und ich dachte mir, ey, Digger, das klingt plausibel. 6.000 Euro, natürlich werden die nicht einfach überwiesen, die werden erst überprüft, wo die herkommen. Aber es passiert nichts. Nach 3 Wochen habe ich den Paypal-Support angerufen und habe gesagt, ey, was ist denn hier los, Alter? Ich habe sogar diese Schnelltransaktion gemacht. Ich habe diese Schnelltransaktion gemacht, dass das so, ich klicke auf, ich glaube, ich klicke auf Überweisung und sofort da, wisst ihr? Ich habe dafür 10 Euro extra bezahlt, damit die Überweisung sofort da ist. Und ich dachte mir, ich klicke es so rauf. Ich bin die ganze Zeit an mein Online-Banking, Alter. Ich denke mir so, ja, mal gleich 6.000 Euro plus. Eigentlich sind es 5.990, weil 10 Euro Gebühren, ist ja auch egal, es passiert nichts. Ich habe eine halbe Stunde oder so gemacht, ich dachte mir so, geil, geil, gleich, reich, gleich, reich, gleich, reich, reich, aber es passiert nichts. Es ist nichts passiert. Und ja, dann habe ich da angerufen, die haben gesagt, oh ja, das ist ein Fehler unsererseits, es tut uns leid. Ich habe meine 10 Euro Gebühren wiederbekommen für die Sofortüberweisung. Und die gesagt, ja, unsere Fachabteilung wird sich darum kümmern. Und ich dachte mir so, geil, Alter. Ich dachte, jetzt gibt es richtig Beef. Ich muss hier 28 Videos auf YouTube hochladen, damit ich mein Geld bekomme. Und dann habe ich mich erst mal wieder zurückgelegt. Jetzt ist anderthalb Monate her. Gestern ist ja Super-GAU passiert. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich rufe da an, natürlich schon relativ empört, weil ich jetzt das zweite Mal beim Telefon so ein paar angerufen habe und gesagt habe, Leute, ich habe das letzte Mal schon bei euch angerufen. Ich habe sogar meine Überweisungsgebühren wiederbekommen. Wie sieht denn das jetzt aus mit meinem Geld? Also Gott sei Dank kann ich sagen, dass ich finanziell gerade noch nicht so am Limit lebe, dass ich jetzt auf die 6.000 Euro angewiesen wäre. Aber geht doch mal davon aus, ich wäre darauf angewiesen. Stellt mal vor, 6.000 Euro, die anderthalb Monate irgendwo in der Luft rumschwirren. Also natürlich brauche ich die irgendwann, weil das muss ja auch versteuert werden. Weißt du, das ist ja eine Einnahme, die auch als Einnahme schon so beim Steuerberater vorliegt. So, dann bezahle ich 3.000 Euro Steuern auf etwas, was ich gar nicht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich stelle dir das mal vor, wirklich. Also er hat 6.000 Euro Einnahmen. Diese Einnahmen müssen versteuert werden. Er bekommt die 6.000 Euro aber nicht und er muss ja die Steuern davon zahlen. Also macht er komplett Minus. Also muss ich auch sagen, es ist eine schwache Aktion. Das war ja schon damals eine schwache Aktion von PayPal oder generell, dass PayPal auch den Account von Tanzverbot gelöscht hat, weil überviele Leute die Spenden zurückgezogen haben. Ja, also das ist halt auch... Klar, für PayPal ist das ein riesen Aufwand, das ist auch kacke, weil die müssen sich dann immer um eine Problemlösung kümmern und bla bla bla. Aber weißt du, Tanzverbot kann halt nichts dafür. Und jetzt sind die 6.000 Euro, Alter, das wird mich so abfacken. Also 6.000 Euro, das ist ja unfassbar viel Geld. Einer so, dann mache ich 9.000 Euro. 6.000 Euro, das sind 12.000 Mark, alle Eltern. Ne, ich denke alle Großeltern. Aber ja, fühle ich. Minus so gesehen, so, ne, ist ja Schwachsinn, aber 3.000 Euro Minus würde ich so... Ne, das ist ja... Ne, hä, das ist halt eigentlich... Ist doch egal. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich da halt angerufen und dann fängt der an, mit mir Faxen zu machen. Dann fängt der da auf einmal... Dann fängt der da auf einmal an rumzuladen. Ich sagte es da, was da ist. Ja, uns ist letztens jetzt aufgefallen, dass die Bank, die sie haben, in Kombination mit der Sofortüberweisung, da gibt es Komplikationen. Ich würde sie mal bitten, dass sie sich bei der Bank melden und fragen, ob das auf irgendein Sammelkonto angekommen ist. Ich sage, entschuldigen Sie mal, ich bin hier, ich bin Benutzer, ich bin Benutzer Ihrer Bank und Sie müssen sich doch gefälligst darum kümmern, dass mein Geld auf die Bank ankommt. Und er labert mir irgendwie rum. Ja, das kann sein, dass Ihre Überweisung irgendwie fehlerweise, fälschlicherweise irgendwie falsch überwiesen wurde und jetzt auf so ein Sammelkonto von der Bank erschienen ist. Bitte kontaktieren Sie mal die Bank. Und ich sage, ist das Ihr Ernst? Das ist doch nicht meine Aufgabe. Wenn hier irgendeine Transaktion verschwindet zwischen zwei Banken, das ist doch nicht meine Aufgabe als Kunde von Ihnen, der auch schon übertrieben viele Gebühren gezahlt hat für irgendwelche Transaktionen und sowas, dass ich mich darum kümmere, dass mein Geld kommt. Das sind zwei große Banken, die aufeinandertreffen. Das müsst ihr doch miteinander ausmachen. Darum müsst ihr sich doch kümmern, dass die Kunden da zufrieden sind. Und ich, Idiot, habe dann aufgelegt, war dann völlig empört. Ich dachte mir so, Alter, lassen die mich hier gerade alleine? Haben die wirklich gerade so gesehen gesagt, dass sie nicht wissen, wo die 6.000 Euro sind? Dann gehe ich zu meiner Bank, habe da den Chat geöffnet, habe mit denen geschrieben und ich so, ey, können Sie mir da helfen? Blablabla, an den und den Datum wurde eine Überweisung geschickt. Auf einmal Robin, Robin hieß er, genau. Robin hieß er aus dem Support- Schastnero war es. Tut uns leid, uns liegt leider keine Transaktion vor. Ich denke mir so, nein. Nein, ich bin hier bei dieser N26-Bank. N26 ist so lange geil, solange du keine Probleme hast. So weißt du, du kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen, wie bei Sparkasse oder sowas und reingehen und da aufringen und pöbeln. Kannst du nicht machen, weil die haben keine, die haben keine richtigen Filialen. Das ist eine Online-Bank. Wisst ihr, was ich meine? Und man hört eh schon relativ viel Negatives über dieses N26 und dann haben die halt, dann haben die halt geschrieben, bei uns liegt keine Transaktion vor. Und ich denke mir so, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich auch geschrieben, kann es sein, dass es bei ihnen auf irgendein, auf irgendein Sammel? Ey, der wurde ja bestimmt abgezogen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das tut auf jeden Fall weh, wenn ich das schon höre. Alter, 6.000 Euro, das sind so viele Spenden. Heilige Makrele. Wirklich. Also, 6.000 Euro, je ich 6.000 Euro verdient habe, da ist, da ist, das sind die nächsten zwei Jahrzehnte vorbei. Alter, und ey, und, und, und er verliert es einfach. Das ist so traurig. ...konto erschienen ist und die, nee, sowas haben wir nicht. Boah. Alter, und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Meinen die das ernst? Sind gerade zwei Banken, haben gerade zwei Banken zu einem Privatkunden so gesehen? Also, na, ich bin eigentlich Geschäftskunde, aber haben die wirklich zu mir gesagt, dass die nicht wissen, wo meine 6.000 Euro sind? Und ich erst mal völlig empört am Tisch gesessen, ich mir so, Alter, ist das deren Ernst? Keiner weiß, wo mein Geld ist? Dann habe ich nochmal bei PayPal angerufen und habe der Person das nochmal geschildert. Ja, ich war auch gerade schon in der, ich war auch gerade schon in der höheren Abteilung gewesen. Die haben gesagt, man soll so vorgehen. Du musst dir vorstellen, wenn du normal bei PayPal anrufst, dann kommst du an einen normalen Kundensupport. So, und wenn die irgendwelche Fragen nicht wissen, also außerhalb von, ey, wie kann ich mein Passwort ändern? Bei allen anderen Fragen habe ich das Gefühl, gehen die dann eine Höhe eben da? Und dann, ich muss die mal ganz kurz weglegen. Eine Höhe Ebene. Nicht eine Ebene höher. Leute, hört's nochmal zu. Da gehen die eigentlich nochmal eine Ebene höher. Eine Höhe Ebene. Alter, das ist ja so stark. Kein Kundensupport. So, und wenn die irgendwelche Fragen nicht wissen, also außerhalb von, ey, wie kann ich mein Passwort ändern? Bei allen anderen Fragen habe ich das Gefühl, gehen die dann eine Höhe Ebene und dann... Da gehen die eine Höhe Ebene. Wer hat das bitte in die Kommentare geschrieben? Bitte, lasst es einen Menschen geben, der es auch gehört hat. Ja, Sascha, Kuss, Kuss geht raus dafür, Bruder. Ehren Sascha. Ich feiere solche Versprecher einfach. Die tun mir einfach gut. Ja, das merke ich dann auch selber. Das tut mir gut. Das tut meinem Herzen gut. Alter, zu stark. Ich muss die mal ganz kurz weglegen und ich werde das mal kurz besprechen. Dann war der fünf Minuten oder so weg. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir schon so, Alter, ich habe mich schon richtig gewöhnt an diese Wartemusik. Ich dachte mir so, wow, Alter, schon drauf gefreestyled, richtig abgegangen. Auf einmal sagt der Typ, hallo, hallo. Und ich so, wow, Alter, ich war gerade voll im Flow. Und dann hat er mich halt voll gelabert. So, und dann habe ich ihr das, dann habe ich noch mal eine gehabt, die war wirklich nett und ich habe ihr gesagt, das bringt nichts, wenn sie jetzt wieder an ihrer Abteilung nachfragen. Das hatte ich gerade schon gehabt. Jetzt hat sie ein Ticket geöffnet und hat gesagt, wir werden uns in den nächsten Stunden bei ihnen melden. Das war um 19 oder 20 Uhr, habe ich da angerufen. Das war schon ein bisschen später. Ich dachte mir so, heute wird es schwierig. Sie hat gesagt, spätestens morgen. Und ratet mal, welcher Tag heute ist. Genau, morgen. Und ratet mal, welche Bank sich nicht bei mir gemeldet hat. Genau, PayPal. Hat sich bei mir nicht gemeldet, dass es jetzt 20.36 Uhr ist, hat sich niemand bei mir gemeldet. Ach, schwierig, Bruder. Ich gehe auf mein PayPal-Konto, dort ist kein Geld vorhanden. Ich weiß nicht, wo meine 6.000 Euro hin sind und ich fühle mich einfach massiv verarscht. Wie kann denn das sein, dass so eine Bank wie PayPal, das passiert? Für mich ist PayPal schuld an dieser Situation. Weil PayPal hat mein Geld transferiert und seitdem hört man davon nichts mehr. Und ich glaube auch N26, natürlich glaube ich N26 Support ist, wenn da steht, dass keine Transaktion durchgekommen ist. Weil das irgendein Failure bei PayPal ist. Und ich habe jetzt einfach Angst, dass irgendeine Scheiße passiert ist, dass ich so einer bin, der den ersten Fehler damit gemacht hat und ich nie wieder mein Geld sehe. Das kann doch nicht sein. Das Geld ist, das Geld ist als, als Einnahme schon beim, liegt beim Steuerbüro schon vor. Ich zahle darauf Steuern. Ich zahle auch keine Steuern auf etwas, wovon ich gar nichts habe. Wisst ihr, was ich meine? Das macht mir doppelt Angst. Keiner weiß, wo mein Geld ist. Das ist krank. Und ich habe das ja dann auch nochmal auf Twitter und so geschrieben und übelst viele Leute haben sich bei mir gemeldet. Auch so Leute, die darauf angewiesen sind. Da waren zum Beispiel auch so Fälle bei, ey, die kriegen, die haben PayPal Einnahmen und die brauchen das Geld für ihre Miete, für Essen und sonst was und PayPal macht da auch Faxen. Und ich fühle mich verarscht. Das kann doch nicht sein. Also Gott sei Dank bin ich gerade noch nicht auf diesem Level, das ich übertrieben habe. Aber ich muss sagen, ich kann PayPal teilweise verstehen. Sowas passiert sicher nicht täglich. Hatte eher Pech beim Anrufen und hat welche, aber will ich dir das nicht ganz genau wissen. Ja, das kann natürlich passieren. Trotzdem erwartet man natürlich ordentlich Auskünfte. Muss man natürlich auch so sehen. Es ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Also ich kann Tanzverbots Aufregung verstehen. Es ist eine kargische Situation. Ich meine, stelle ich mal vor, ihr habt 6.000 Euro auf dem Konto liegen. Die sind dann einfach weg, weil jetzt irgendeine Bank verkackt. Ich weiß es nicht. Ja, also es ist halt eine echt harte Angelegenheit. Ich meine, es sind einfach 6.000 Euro. Selbst wenn er nicht darauf angewiesen ist, 6.000 Euro könnte ich in irgendeiner Not mal übel retten. Du kannst mit 6.000 Euro so viel machen, du kannst dir ein Auto kaufen, du kannst dir einen ordentlichen Urlaub bezahlen oder mehrere Urlaube bezahlen. Es ist halt vieles am Start. Ich bin darauf angewiesen, aber wo sind meine 6.000 Euro hin, die irgendwo in der Luft rumschwören? Oder eure 6.000, das sind ja eure 6.000 Euro, die ihr mir im Laufe mehrerer Monate gespendet habt. Die sind irgendwo. Und ich fühle mich da massiv verarscht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt einfach dieses Video, weil ich auch so noch ein bisschen Hoffnung sehe, dass da vielleicht das irgendwer sieht, der da ein bisschen mehr Ahnung von hatte, oder das vielleicht auch irgendwas bewegt, weil 6.000 Euro sind 6.000 Euro. Das ist verdammt viel Geld. und keiner der zwei Banken weiß, wo das Geld hin ist. Und es kann doch nicht sein, dass man mich einfach so abspeist am Telefon, dass man mir sagt, ja, wir werden einen Fall aufmachen, morgen melden wir uns bei Ihnen und keiner meldet sich. Ich kriege nicht mal eine Nachricht. Nichts. Na ja. Gut, das war das Video. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder so rumgemeckert habe. Doppelpiece. Ich will gar nicht wissen, wie viel das Yen ist. Ja. Oder wie viel das diese vietnamesische Währung ist. Das sind dann viele Millionen oder Milliarden. Und wie viel das Yen ist. Ja. Ja.